Hey Leute, ich bin Happy und meine Kamera ist verschmiert oder so. Okay, jetzt. Und zwar bin ich Happy, wie gerade schon gesagt. Und ich hab gerade auf dem Boden, ich weiß, ziemlich kack, aber egal. Und zwar bin ich Happy, weil ich heute ein Video-Special machen werde. Und zwar werde ich euch heute eine Geschichte erzählen. Aber das wird in einem nächsten Video, weil das mein Infovideo ist. Tschüss!